Oh, liebe Leute, das. Hüpfen wir wieder. Hey, guys. Hello. What's up? What's up? What's up? Wir feuern die ganze Welt. Was? Okay. So, was war ich diese Folge? Weiß ich nicht. Köpfe zusammen. Ach ja, nee, das hab ich ja schon. Also, ein pro Session find ich okay. Aber ich glaube, jetzt müsste mittlerweile 2018 sein, oder? Ich denke auch. Happy New Year! Yay! Ich weiß, dass ich richtig gefeiert hab. Ich weiß, dass ich jetzt eine Glatze haben werde. Okay. Ich weiß, dass ich betrunken war. Ich auch. Ich bin quasi immer noch betrunken. Ab 2018 hast du im Hamex eine Facecam an. Also, darum musst du dich schon zwei Monate vor erraten. Was? Ab den Folgen in 2018 machst du halt die Facecam an. Ja, natürlich. Also, jetzt hier wird das wahrscheinlich für Minecraft die letzte Aufnahme sein, wo ich diese Länge von den Haaren her habe. Ab der nächsten Aufnahme ist... Nee, doch, warte mal. Nein, nee, doch. Ach, leider. War der nämlich erst im neuen Jahr auf. Ach ja, stimmt. Scheiße, aber... Dauert noch ein paar Sessions. Ja, gut. Fuck. Egal! Ach, du, was so. Weil... Wurst. Ich hab jetzt auf jeden Fall eine Glatze im Jahr 2018. Wurst! Nee, Bill. Hä? Was ist denn jetzt mit Wurst? Wurst! Wurst! Ich hab keine... Ah, gut, dass wir die Wolle geholt haben. Wir bauen diese Folge mal noch ein bisschen weiter. Jo. Noch nicht. Ich hab gleich mal eine Dekontaminierungsanlage fertig. Ja. Was denn? Nice. Was denn? Du hast meine MFSU umgestellt. Ja, witziger gewesen wäre, wenn ich nichts gesagt hätte, ne? Eigentlich. Ja. Nicht schlecht. Wäre cooler gewesen, wenn die ganze Zeit gesagt hat, Hey, ich hab keinen Strom! Was ist da denn da? Ja, ich hab gerade gedacht, wieso kommen die Wurst? Strom angeben, aber nachgucken. Die Böde. Nein, das war lustig. Witzig. Witzig, spitzig. Ach, das ist der Kack-Wrench. Braucht doch keiner. Muss mir jetzt mal ein Ranch grafen. Hab ich schon. Der Troll. Your plan is evil. Evil, nevil. Achso, ich hab der Storms Kopf hier. Oh, jetzt. Nette Aussage. Ich hab auch meinen Kopf. Entschuldigung. Ist richtig. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, aber das wird so einiges erklären. Jo. Storms Kopf, glaube ich. Zwei davon. Also jetzt auch im echten Leben. Ja. Alter, ich kann das eigentlich so lassen, obwohl. Ich find's ein bisschen zu gefährlich. Ach, Mann! It's dangerous. It's so dangerous. I wanna do it again! Kein Ofen. Was hast du? Kein Ofen? Nee, weil... Kein Stromherr. Ah, nichts klappt mehr. Du kriegst es nicht hin, die Ranch zu machen, ne? Jetzt es nervt aber. Ah, was für ein genialer... Ah! Das ist im Haul. Oh, wie ein Lack dabei. Fühl mich mal alle nicht so sicher. Ich hatte ja auch nicht vor. Oh, der Energieswitcher hat wieder zugeschlagen. Und er kommt noch mal. Das war nicht das letzte Mal, dass ihr von mir gehört habt. Der lameste Name für ein böse Witz geht dieses Pseffekt an. Das ist tatsächlich. Der Energieswitcher. Ja, geil. Voll gut. Nee, geht so. Jetzt hab ich... Keine Energie mehr. Nein, das nicht, aber... Das ist Karma. Das ist... Karma. Oh man, ey. Aua! Warum bist du so... Ne, Bitch. Was? Bitch, 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 bitch. Was? Hey, Handy vibriert. Neuerlich, neuerlich. Neuerlich, neuerlich. Halloweens, hallo. Ich dachte, ich hatte so... Hat sie gemusst. Ach, die hat mein anderer Charakter bestimmt. Der Spaß. Halloween, hallo. Ciao, das hast du verraten, wenn wir aufnehmen. neuer das zurückrechnen aber schon neuer hallo in der e mail das ist schon für 2018 das ist natürlich doof für dich Sascha das ist jetzt aber doof Dein Ziegel sind aus das ist die Scheiße raus auf F1 raus auf F1 äh stimmt ich muss ja immer noch den schwebenden Grail von Babilon wieder machen dann wird das gut aussehen groß gebräunt und gut aussehend bist du nicht das ist 2 von 3 richtig ja weißt du 3 2 von 3 äh 2 von 3 ich nehm den Nummer 3 das sieht aus ich bin hier um zu lenken mit um zu denken oh leu geht das schnell abzubauen ah geht das schnell an na komm kann ich ja Obsidian fahren wie wie Commilestone das ist natürlich was kann man mal machen so kann ich das hier ausfüllen so ja höh ich das aus ich brauch unbedingt rubber cool ich brauch rubber ich brauch schneller redstone engines für dich bewegt so nem outfit rubber einzigartig unglaublich rubber ich weiß dass du übertrieben rubber hast jungen dehnbar dehnbar besser warum bist du nicht geblieben warum lässt du dich verbiegen rubber wow du bist rubber rubber yeah oh ja du bist rubber oh ja oh ja du gehst aus die jugend fragt dich was für ein scheiß song wir da vor uns hertreten ja ist halt echt ja ne keiner kennt mehr culture candela aber auch aus gutem grund wobei die gehen doch auf touren ne die waren jetzt vor kurzem hier in hamburg die gesehen natürlich von jb ja meinst du die hören auf mit musik oder was die leben da allein von allem was die da so gemacht haben und so ich weiß gar nicht zum beispiel der feld des brotes hat sich schon längst aufgelöst oder ne die haben vor kurzem album rausgehauen was ist mit denen also für das brotes war geil ja war es auch wenn du es frisch vom beggar kaufst ja wow 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 oh oh du musst die schöne links rechts ey du musst dir jetzt sein bang jungen die schöne vor dem herrn ey okay genau so okay 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 der fragt es einfach nicht die haben wir mit seiner aggression man kann ja mit dem magma crucible auch wasser herstellen wie funktioniert der jetzt ja gar nicht du tust redstone engines oder halt sterling engines oder sowas da dran also strom ja und dann kannst du da nähtasch ne da musst du nähtaschsteine reinpuppen und die verarbeitet er dann zu lava das ist cool ey wer klopft dir an meine tür sorry du bist du so da sauber sorry wo ist meine wächter ja die wird die lava weiterverarbeitet die leitest du direkt irgendwo hin oder was ne die bleibt in dem ding aua 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 in dem gerät und dann kannst du einmal da reinballern und abfüllen oder was ich nehme an dass das so aua 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 du musst das auch wenn du das nicht rein geben kannst einfach wahrscheinlich mit links klick oder sowas in den eimer rausholen oder rechts klick quasi ich nehme aber auch an dass du auch einfach das weiterleiten kannst mit dem richtigen ding aber ich brauche es ja bloß um strom zu haben tja robert warte wie sieht das so behindert aus wie es aussieht ja vielleicht weil es von dir hm 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 wie heißen denn diese ähm navis diese rohre äh fluid pipes pips komm ich doch nicht drauf wir pipsen war sie ja nicht ich pisse 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 das ist doch so ich pisse ich pisse warum funktioniert denn nicht den von so macht den extrem warum funktioniert denn nicht sonst viel kohle in denen ist doch eine Bildkraft producer ok wo ist schon wieder mein brain lag ach wo ist mein brain lag hm den vermisse ich schon ach scheiße ich hab mich schon wieder verbaut wenn ich diese akkusierin verschaffen ha instant karma ha 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 hey 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 was sollen die chasse hier hua hey wow wow hey wow what the fuck hua Sascha will michael jackson werden wenn der großes nein man kann mich gerade zu Angriff auf den nenschelett hier dann können wir nicht pippen das nein Doch. Nein. Doch. Hallo? Oh, doch. Hallo! Jetzt schon kommt der Strom raus. Oh, wie schnell das geht, Alter. Einfach Strom für alles jetzt, Alter. Das ist so awesome. Ja, das ist okay. Oh, nur empfehlen. Man kann mit einer Enderperle geschmolzenes Ender herstellen. Aber ganz schön schnell leer jetzt. Ja. Dann haben wir neue Trenz. Warte, warte. Warte, warte. Wofür braucht man das eigentlich, das geschmolzen Ender? Wober! Keine Ahnung, wenn ich... Ja, weil ich... Ich weiß, dass man das bei dem BigRag, der Mod halt, für... als Kühlflüssigkeit verwendet kann. Du brauchst einen... Du kannst dir einen Tesseract damit bauen wohl. Ah, ja stimmt. Das muss ich auch noch. Ich glaube, was macht man denn mit einem Tesseract? Der Tesseract kann so ziemlich alles von A nach B transportieren. cool es ist praktisch ja also es gibt halt ein Item-Tesseract, ein Fluid-Tesseract und ein Energy-Tesseract ich hab gehofft, dass das irgendwie so eine richtig krasse Waffe wäre oder so was ist jetzt explodiert? vielleicht, äh, hier Transformer-Cue oder was? nee, hier von Avengers Kabel ist explodiert ja gut interessant aber eigentlich tut das Ding auch nur man kann Bildcraft-Kabel überladen? ja ey, was? ja, das ist grad einfach explodiert was für Kabel hast du verwendet? Bildcraft-Kabel, WTF? wusste ich nicht, dass die ein Limit haben waterproof-Pipe brauchst du also die ist einfach explodiert ja dann lass doch das von dem Reaktor in ein paar Batterien reinhauen nein, aber Bildcraft ist ja ein separater Strom, der hat ja nicht sowas wie High- und Medium-Voltage eigentlich ok dann kneifen wir einfach durch warte, möchtest du bei mir, ist das doch? nach, äh, ich wollte nachgucken, welche Pipe du benutzt für deine Lava zu transportieren ach so, äh, das sind Waterproof, äh, Conduction-Pipe, glaub ich was? ist nicht korrekt doch, ich glaub schon ne ne doch, eigentlich schon ja also es gibt die Void-Waterproof-Pipe die Switch-Waterproof-Pipe und die Redstone-Waterproof-Pipe au genau, die Redstone-Waterproof-Pipe benutzt ich gegen mein Lenkrad gehauen, was immer noch vor mir hängt die Void zerstört einfach alles Fluid, was da reinkommt genau ok ich hab irgendeine merkwürdige Telefonnummer angerufen, ich muss dann mal recherchieren, welche das ist irgendwo aus dem Buch also, nächstes Mal stell ich meine Nummer an es scheint ne Festplätze-Nummer zu sein also ist schon ne Deutsche, aber keine Ahnung, was für das ist eine Deutsche bei einem gerade ist durch Fanation angerufen 3 warte, wir haben eine Wüste bei uns in der Nähe auch bei der Warnermal muss nicht ma- nee, das ist keine Deutsche Plus 2-2 äh, das ist keine Deutsche äh, nein, 4-9 ist Deutsch ja, sag nicht die Frage war jetzt eher, wo es herkommt ist die aus Deutschland? ähm, ich kann ja gerne für dich mal kurz nachgucken, Sascha ausführlich ich wollte auch gerade googlen das interessiert mich ja auch ja, mich interessiert das halt jetzt echt nicht so gar nicht jetzt guck ich auch so bereit so, 22 ja äh Schweden ach, Afrika ja, auch so ja, okay, warte, da ruf ich doch gleich mal zurück okay ja was könnte da nur schief gehen ach ich hab, ich hab auch schon mal gesehen dass das halt solche Nummern sind die dich dann anrufen und wenn du da zurückrufst oh nein, die rufen dich an ja, aber die rufen dich an legen und legen halt direkt auf und wenn du dann da zurückrufst dann kriegen, kriegen die pro Minute so 100 Euro Junge ja ich frage jetzt, warum soll jemand in Afrika zurückrufen wer kommt auf diese domme Idee alte Menschen ja richtig recht hat ich brauche jetzt wie soll ich denn Buildcraft runter regeln kann ich äh hä ja Fuß O Fuß O Fuß O ja, da war mein Gang zu Ende ich bin runtergefallen da ist sie guck auf was soll ich denn jetzt machen weiß ich nicht keine Ahnung gar nicht hier Leute, dieses Bauprojekt wird uns nur noch viele Sessions beschäftigen googeln wir mal die ganze Vault wird ein riesiges Bauprojekt bei mir ist es auch soll ich wenn du das auf Low Voltage runter transformierst und dann in Buildcraft schnns ich dachte das dauert mir zu lange aber Vertクern nicht wieso ich könnte auch einfach machen ja ja das müsste ja das müsste funktionieren oder zumindest letztens von Medium vor Medium und von Medium vor Low Voltage ja das hab ich ja schon ja das hab ich ja schon Ahkh also hast du schon okay Lu violi bal swap Yep Außerdem es fängt ja schon wieder an mit Regnen establish regnet Es in real life bei dir eigentlich im real life immer noch wusstest du dass die farbe schwarz das gegenteil von weiß ist wieso funktioniert das nicht also jetzt explodierst du bitte nicht kabel ich hab rosenrot mit minium stein grün ne ne das funktioniert mit dem minium stein aber irgendwie funktioniert es nicht es funktioniert aber es funktioniert nicht ja irgendwie funktioniert es nicht das ist ein problem ja manche rezepte mit dem minium stone ist halt ein bisschen komisch gleich wieder bumm gucken wir jetzt muss ich doch kaktusse fahren kannst du geh mal hier weg kaktusse ich kann dir ja direkt bei mir in der wüste ja direkt bei mir in der wüste fahren ich kann dir eine kaktusfarm bauen wenn du möchtest ja brauche ich kaktusse das hat das thema was ist denn du hast doch gar nichts falsch gemacht doch du hast kaktusse gesagt es heißt auch kaktusse doch du hast kaktusse ich rede doch gar nicht über kaktien mensch ich rede über eine kaktusse nein ich rede über eine kaktusse das nennt man kaktusse und das niveau singt ach das ist schon wieder durchgeknallt diese wichse oh der scheiß ich weiß ich hab da was falsch gebaut was ist sein problem was ist sein problem wie viele minuten noch äh gar nicht glaube ich wie viele minuten noch gar nicht was mache ich denn damit zu viel ach so was zu viel strom verbrauch mehr soll ich das denn überall hinschicken gib mir strom die t nach hause telefonieren ja genau ich baue das Ding das ding hab ich mir schon von anfang an wollte ich mal ach ja stimmt dafür brauche ich ja closed und dafür hab ich mir das ding gebaut weiß ich schon wieder das wird behindert das wird behindert es wird richtig behindert es wird richtig behindert oh ich hab fast kein Leben da oh nein so real life oder was ne ich bin vor mal es ist nicht tief runter gefallen hier ich bin natürlich doof ästhetik wir legen wo meine leidung und unsere quarry runter was mein glowstone woanders hingelegt nein doch nein nein hab ich nicht es ist der glowstone verschieber ne hab ich nicht dum 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 ne sehr schön ja das stimmt wein ... der evil chicken is approaching ju nein 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 hier in der absen ja 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 hier hier in der hier in der hier in der hier in der Geh mit Gott aber geh! Geh mit Gott aber geh! Alles klar! So, ich geh mal schnell close up bauen! Laufstern! Ich glaub du das doch schaffst du! Ehhhhh, ah doch das passt schon! Wir haben noch 2 Minuten! Ja, das passt schon! Ist doch nur Wuden! Oh, ist er da, ist er! Wenn nicht, dann sterbe ich jetzt einfach elendig! Geil! Ha 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 ha! Ist das dann jetzt 7 Folgen oder kommt noch eine? Ähh, das war das war die letzte jetzt! Alles klar, komm ich noch ganz schnell nach Hause! Minito go deep! Jetzt hätte ich mal einen Schicken für mich eingefangen! Da sind wieder 81 Chunks da! Hier hinten rennen viele Chins unter der Maus! Leck, leck, leck! Also hinter deiner beim Camp! Jo! Gold, oh! Netalapis! Geil! Netatin! Übrigens, ich bin bei eurem, äh... Ja! Ja, wir sind ja jetzt nicht so weit, also... 1000 Meter ungefähr seit hier entfernt! Ja, ich geh mal kurz wieder zurück und gucke, wo ich rauskomme! Wahrscheinlich bist der Scheiße der verloren! Sehr voll Scheiße! Äh, ja! Der Ding, was hast du gefunden? Echt? Hast du nichts gefunden? Ich bin, ich bin 1000 Blöcke von meinem zuhause entfernt! Nee, deine Hütte ist von mir aus aber... Ja, ich bin bei deinem alten Haus! Warte, was? Nee, du bist bei meinem neuen! Hi! Guckst du! Warte, ich komme! Bei der Leiter hier! Ja... Hi Bro! Wow! Was soll denn die Scheiße? Mann! Ich bin bis normal, ich will wieder zurück! Ja, muss ich beim nächsten Mal dran denken, an so einen Rundenpark! Scottie, beam me up! Krieg ich schon! Ihr müsst euch eine Verbindung bauen mit den Dingern... Mit den Rifts! Oh, neee! Okay... Gut, dann... Finde ich witzig! Ja, ich auch, aber... Nee, gut, dann muss ich halt nächste Aufnahmesession von dir aus mir Glowstone holen und dann gehe ich wieder und gehe nie wieder da rein! So, ganz schön doof! Ja, dann war's das! So, jetzt schauen wir mal kurz an, was wir diese Folge geschafft haben! Das ist nichts! Du hast eine Mauer gebaut! Ja, Mann! Ach so viel? Ich hab ein Magma Crucible gebaut! Äh... Sascha, wo kann ich mich hier bei dir irgendwo vercampen? Gar nicht! Bleib... äh... Kle... äh... Kletter die Leiter hoch! Kletter die Leiter hoch! Kletter die Leiter hoch und bleib bei meinem Bett stehen oder sowas! Da kann eigentlich nichts passieren! Alles klar! Bin ich idiot! Bin jetzt mal in deiner Ender Chest! Aber Sascha, ich habe auch nicht so viel geschafft, von daher... Und da denn? Ich bin jetzt 1000 Kilometer von meiner... Ach, hause ich dir! Oh ja... Sonic war deine Anmod, wa? Ist doch meine Anmod, dann ist das jetzt auch! Ja! Warum platziere ich hier nen Scheiß? Meine Abmod, Leute! Ich danke euch für immer für dieses Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Bzw. bis zur nächsten Session! Haut rein! Gü-jue-jue-jue! Na, guck, aber nicht so euch was, außer Bücher, denn wir sollen Se… footballay sah... Mo,iert da! Cait für den 유ha-jue-jue-jue-jue-jue-jue-hue. Tschüüss! Danke, die Leiter... But-due-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue-jue! Das war Ob ich extra gewartet! Nein, da hab ich extra gewartet! Und auch... Nee, aber... required... Du willst immer das letzte Wort haben. So, disconnect. Warte, ich muss noch zwei Glas brechen. Ja, war witzig. Jetzt muss ich mir auch noch aufschreiben, dass ich eine Folge halt nicht gemacht habe. Jetzt geht glaube ich auch die Session los, wo du aussetzen musst, ne? Ja, heute war die letzte Folge, wo ich halt jetzt... Jetzt muss ich halt zwei Wochen machen. Okay. Haben wir eine Menge geschafft, ja? Zwei Folgen habe ich nur gecraftet. Ich habe komplett nichts gemacht. Also die ganze... Ja, aber mir ist ja... Es hat sich ja gelohnt, aber dennoch ist das ganz schlafen. Außer dich einmal getrollt. Ja, das war ein bisschen... Aber, okay! Ach, Moment! Ne, schau mir wieder eine halbe Folge! Was ist denn noch hier oben? Ach, beim nächsten Mal produzieren wir noch ein bisschen mehr. Ah, warte, ich will doch gucken, was die Ausbeute ist. Was? Ich habe doch was geschafft, und zwar... Vier Stacks Wolle bisher. Für den automatischen Wollinator. Ja. Hast du den eigentlich auf Bodenhöhe platziert? Ja. Also ist der so im Boden drin quasi? Ne, einen drüber. Okay. Also der bearbeitet so nach vorne, in so einem Kegel quasi. Ach, wo ist denn da vorne? Ja, musst du gucken. Also, was ich gelesen habe, einfach 5x5 drumherum. Ne, nicht 5x5 drumherum, glaube ich. Fünf, fünf, fünf. Also glaube ich. Kann sein. Acht, acht, acht. Ah ja. So, jetzt muss ich wieder hochgehen, jetzt muss ich wieder wegen dir gucken. Ähm, weil ich möchte immer gerne mit einem schönen Panoramabild im Regen bei Nacht, wie es gerade ist, leider, starten. Und wir schauen uns wieder die Ebene an, wo irgendwann mal was gebaut wird. Wahrscheinlich nie. Aber der Plan ist da. Und jedes Mal am Ende werde ich daran erinnert, dass ich wieder nichts gemacht habe, was der Verschönerung dieses Landes dient. Auf Wiedersehen.